Ich lerne Deutsch. Nummer 4098 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hört der Regen auf? Ich möchte grillen. Gleich kommen die Kollegen. Hört der Regen auf? Ich möchte grillen. Gleich kommen die Kollegen. Hört der Regen auf? Ich möchte grillen. Gleich kommen die Kollegen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Sei glücklich. Sei, wie du bist. Verstelle dich nicht. Sei glücklich. Sei, wie du bist. Verstelle dich nicht. Ich habe eine positive Nachricht erhalten, die mich sehr freut. Ich habe eine positive Nachricht erhalten, die mich sehr freut. Das ist eine gute Nachricht. Der Typ vom Baumarkt will mit mir ausgehen. Das ist eine gute Nachricht. Der Typ vom Baumarkt will mit mir ausgehen. Legst du noch einige Würstchen auf den Grill? Legst du noch einige Würstchen auf den Grill? Ich wusste schon vorher, dass diese Idee gut ist und ich arbeite weiter an der Verbesserung. Ich habe mein Schließfach bei der Bank gekündigt. Jetzt ist alles in meiner Aktentasche. Die Eltern beobachten, was sich ihre Kinder im Internet ansehen und was ihnen Spaß macht. Mit dem Tandem fallen wir überall sofort auf. Mit dem Tandem fallen wir überall sofort auf. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich verstehe die Technik nicht. Wo ist hier die Öffnung? Mein Mund ist immer noch trocken. Ich verstehe die Technik nicht. Wo ist hier die Öffnung? Wo ist hier die Öffnung? Mein Mund ist immer noch trocken. Ich verstehe die Technik nicht. Ich verstehe die Technik nicht. Ich verstehe die Technik nicht. Lachen stärkt die Abwehrkräfte und der Hormonschub bringt Glücksgefühle. Meine Oma hat immer Zeit für mich. Sie wird morgen 95 Jahre alt. Meine Oma hat immer Zeit für mich. Sie wird morgen 95 Jahre alt. Ich weiß, dass die Aktie gut ist, aber niemand hat mit einer so positiven Entwicklung gerechnet. Was machen wir jetzt? Das ist mir so peinlich. Das habe ich total vergessen. Was machen wir jetzt? Das ist mir so peinlich. Das habe ich total vergessen. Was machen wir jetzt? Das ist mir so peinlich. Vorsicht mit dem Baseballschläger! Nicht, dass du meine Nase nochmal triffst! Vorsicht mit dem Baseballschläger! Nicht, dass du meine Nase nochmal triffst! Der Wecker klingelt um sieben, dann müssen wir aufstehen. Hier im Hochland fühlen sich nicht nur Rinder wohl. Ich kann mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. Im Dortmunder Norden wurde gestern ein neuer Spielplatz eröffnet. Im Dortmunder Norden wurde gestern ein neuer Spielplatz eröffnet. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Mit diesem Hut erkennt man mich überall. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.